Hallo und herzlich willkommen zum Tippspiel für den 19. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga. Ja, so schnell hören wir uns wieder. Gerade mal drei Tage ist es her, seitdem das letzte Tipp-Video kam, dann zur dritten Liga. Jetzt ist am Wochenende wieder jede Liga vertreten und wir starten einfach mal rein. Ja, 19. Spieltag der 1. Liga. Wir schauen natürlich erstmal zurück, was jetzt eigentlich in Liga 3 passiert ist am 22. Spieltag. Ich habe gar nicht so schlecht performt, habe 15 Punkte geholt, bin um einen Platz nach oben gegangen, stehe dort jetzt auf der 2. Natürlich musste Jean mir noch den Top-Tipper-Platz wegnehmen, hat 16 Punkte geholt. Insgesamt Gratulation also zum Tagessieg. Und ja, ich habe den Vorsprung ja nicht ganz verkleinern können, also nicht so wirklich verkleinern können. Aber diese 34 Punkte sind noch machbar, irgendwie. Ich will jetzt auch hier nicht mehr abrutschen. Und dafür habe ich Folgendes getippt für den jetzt anstehenden 23. Spieltag. Wir haben... Das war... Ich habe leider nur 9 Punkte holen können. Schade. Es hat sich platzierungstechnisch aber hier auch nichts getan. Weiter oben allerdings hat Frankie einfach 2 Plätze gut gemacht. Mit insgesamt 20 Punkten. Auch eine unglaubliche Leistung. Gratulation springt damit also von der 4 auf die 2 und ist jetzt einfach mal nur 15 Punkte hinter dem Tabellenführer aktuell, hinter Cem. Ja, und da habe ich Folgendes hier gezippt für den nächsten Spieltag. Und dann gehen wir jetzt rein in Lieblings. Tagessieger Nummer 1. Da war ja jetzt das Nachholspiel von Bayern gegen Union. Hier haben wir es. Und es wird netterweise auch direkt angezeigt, soweit man draufklickt. Aktuell zumindest noch. Und wir sehen hier, Cem ist Tagessieger geworden. 17 Punkte gab es bei mir gerade mal, in Anführungsstrichen gerade mal 12. Hätte der ein oder andere Treffer noch gesessen. Sowas wie Harry Kane zum Beispiel, der nachher im Abseits stand und so. Wäre das Ding 2 zu 0 ausgegangen. Jetzt rechnen wir hier nochmal 4 Punkte drauf. Gut, jetzt müssen wir das mit den anderen auch noch vergleichen. Hier Max hätte auch. Ja, egal. Da lassen wir es. Wir lassen die Rechenspiele. Ich bin auf jeden Fall nach oben gegangen. Ein bisschen auf die 4. Greife also jetzt wieder oben an. Es sind nur noch 15 Punkte. Ne, 5 Punkte bis zum Treppchen. Ja, und dann gehen wir in die Tippabgabe. Das Ganze natürlich wieder mit Spielinfos, wie immer. Und wir beginnen direkt am Freitagabend mit einem Derby. Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz. 0,5. Nachdem Eintracht Frankfurt doch sehr überraschend gegen Leipzig gewinnen konnte, gab es jetzt gegen Darmstadt ein Unentschieden. Also zweimal sehr überrascht, aber jeweils in die entgegengesetzte Richtung. Und bei Mainz gab es jetzt das zweite 1 zu 1 in Folge. In dem Falle hier gegen den VfL Wolfsburg. Ja, Frankfurt auf der 6. Mainz auf der 16. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es aber trotzdem ein 1 zu 1 Unentschieden hier geben kann. Dann kommt Wolfsburg gegen Köln. Wolfsburg jetzt auch mit dem zweiten Unentschieden in Folge ebenfalls 1 zu 1, genau wie Mainz. Interessant, weil man hat hier auch gegeneinander gespielt. Jetzt gab es das 1 zu 1 gegen Heidenheim. Und Heidenheim hätte sogar noch die Möglichkeit gehabt, das Spiel zu gewinnen. Ja, und die Kölner unterlagen gegen Dortmund 0 zu 4. Ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Und ja, Wolfsburg auf der 11. Köln auf der 17. Wolfsburg struggelt ja im Moment auch so ein bisschen, sag ich mal. Aber ich glaube, Köln ist gerade echt ein guter Aufbaugegner. 2 zu 0 für Wolfsburg. Dann haben wir Hoffenheim gegen Heidenheim. Hoffenheim jetzt ebenfalls wieder verloren. 2 zu 3 in Freiburg. Die Heidenheimer hatten wir jetzt gerade schon 1 zu 1. Auch die letzten beiden Spiele jeweils 1 zu 1. Kann man auch mal machen. Achter gegen Neunter. Dass das so hoch in der Tabelle ein Duell wird. Das ist der Wahnsinn. Muss ich wirklich sagen. Aber Hoffenheim macht das hier mit einem knappen 2 zu 1. Dann haben wir Bremen gegen Freiburg. Die Bremer gewannen 1 zu 0 gegen den FC Bayern. So, was ist da los? Bitte schön. Warum? Wie geht das? Nach drei Unentschieden gegen Gladbach, Leipzig und Bochum. Gut, gegen Leipzig ist schon krass. Und dann gewinnen die jetzt hier einfach und dann auch noch in München. Ja, super überraschend. Hat, glaube ich, niemand getippt. Würde mich zumindest sehr überraschen. Ich habe auch gar nicht auf den letzten Spieltag geschaut. Machen wir gleich nochmal. Ja, genau. Auf jeden Fall hier gegen Bayern gewonnen. Freiburg gewann gegen Hoffenheim mit 3 zu 2. Freiburg auf der 7. Bremen auf der 13. Ich glaube nicht, dass Bremen diese Welle weiter reiten kann. 2 zu 2 unentschieden. Ich glaube, dieser Spieltag wird richtig voll mit unentschieden. Dann haben wir Augsburg gegen Bayern. Ein Spiel, das definitiv nicht unentschieden enden wird. Augsburg gewann 1 zu 2 in Gladbach. Bayern hatte jetzt eben das Nachholspiel gegen Union Berlin. Gewann das Ganze mit 1 zu 0. Auch relativ knapp. So insgesamt gesehen einfach. Und ja, ich glaube, gegen Augsburg kann es ähnlich aussehen. Aber da gewinnt man am Ende 2 zu 1. Dann kommen wir zu Stuttgart gegen Leipzig. Die Stuttgarter im Abwärtstrend hatten jetzt 2 Auswärtsspiele. Beide verloren. Dadurch die letzten 3 Auswärtsspiele allesamt verloren. Ja, und Leipzig, die haben jetzt die letzten beiden Heimspiele verloren. Zum Glück haben wir jetzt hier getauschte Rollen. Deswegen, ja. Was tippt man da? Dritter gegen Vierter. Mit einem Sieg. Oder, ja doch, muss ja unbedingt ein Sieg sein. Entschuldigung. Mit einem Sieg ist Leipzig an Stuttgart vorbei. Und ich denke, dass das auch passieren wird. Ich sage 2 zu 0 für Leipzig. Dann kommt das Topspiel. Leverkusen gegen Mönchengladbach. Ja, der Bayer-Dusel ist auf jeden Fall jetzt aktuell eine Sache. Knappes 1 zu 0 in der Nachspielzeit gegen Augsburg. Das 3 zu 2 gegen Leipzig auch hier wieder in der Nachspielzeit. Und finde ich super interessant, dass man auch wirklich hier 3 zu 2 gewinnt. Wie im Hinspiel gegen die Leipziger. Leverkusen deshalb immer noch ohne eine einzige Niederlage. Richtig stark. Ja, und die Gladbacher haben eben verloren gegen Augsburg mit 1 zu 2. Stehen aktuell auf der 12. Ja, und eigentlich ist das jetzt wirklich so ein Spiel. Eigentlich ist das jetzt wirklich so ein Spiel. Jonas Hofmann, Ex-Gladbacher, fliegt jetzt bei Leverkusen mit einer roten Karte vom Platz. Oder so Geschichten kann ich mir durchaus vorstellen. Wir haben ja auch jetzt Granit Xhaka zum Beispiel. Wie ging denn da das Hinspiel aus? Ich frage für einen Freund. 3 zu 0 für Leverkusen. Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben will. Wir machen mal ein 2 zu 0. Aber ich habe so ein bisschen meine Bedenken irgendwie. Ja, dann kommen wir zu Union Berlin gegen Darmstadt. Ich kann aktuell noch nichts dazu sagen, wie lange jetzt der Union Trainer gesperrt wird. Auf jeden Fall sehen wir, dass Union Berlin seit vier Pflichtspielen nicht mehr getroffen hat. Die letzten Tore, die erzielt wurden, waren gegen Real Madrid. Das muss man sich eigentlich auch erstmal hier wieder vor Augen führen. Zuletzt verloren wir eben 1 zu 0 jetzt gegen die Bayern. Am letzten Spieltag gab es 0 zu 0 gegen Freiburg. Darmstadt spielte 2 zu 2 gegen Frankfurt. Der 15. ist hier der Gastgeber für den Tabellen 18. Und so ein ganz dreckiges 1 zu 0 holen die Berliner. Und zu guter Letzt gibt es dann Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum. Die Dortmunder jetzt mit den letzten beiden Spielen und einer Tordifferenz von insgesamt 7 zu 0. Die Bochumer, die haben es tatsächlich geschafft, gegen Stuttgart 1 zu 0 zu gewinnen. Sind jetzt erstmal ein bisschen da raus aus der Zone mit denen jetzt dann insgesamt hier 9 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aber Dortmund, ja, Dortmund wird auf jeden Fall jetzt ein Tor kassieren. Davon gehe ich aus. Die werden ein Tor kassieren gegen die Bochumer. Gewinn am Ende aber das Ganze mit 3 zu 1. Und Jadon Sancho's erster Treffer nach Rückkehr. Da lege ich mich jetzt fest. Ja, und dann gehen wir rein in die Zusammenfassung hier. Frankfurt gegen Mainz 1 zu 1. Wolfsburg, Köln 2 zu 0. Hoffenheim, Heidenheim 2 zu 1. Bremen, Freiburg 2 zu 2. Augsburg gegen die Bayern 1 zu 2. Stuttgart, Leipzig 0 zu 2. Leverkusen, Mönchengladbach 2 zu 0. Union Berlin gegen Darmstadt 1 zu 0. Und Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum 3 zu 1. Ja, und jetzt nehmen wir nochmal die Tippübersicht mit. Entschuldigung, springen hier auf Spieltag Nr. 18, den ich nicht durchgegangen bin mit euch. Entschuldigung. Marc ist hier Top-Tipper geworden mit 14 Punkten. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, weiter Punkte zu holen. Aber an 14 kommt hier niemand mehr dran. Ja, Mainz gegen Union Berlin eben. Und genau, ansonsten. Bei mir ist es gerade mal ein mickriges Pünktchen geworden, weil Dortmund gegen Köln gewonnen hat. Yay. Immerhin irgendwas. Naja. Und ja, genau. An der Spitze hat sich nichts getan. Marc mit seinen 14 Punkten hat hier einfach einen Sprung um drei Positionen gemacht. Jean ist jetzt auch um einen Platz nach oben gegangen. Und Gino hat nochmal zwei Plätze gut machen können. Also, da gab es ein bisschen Abwechslung, aber ganz oben und ganz unten eigentlich alles unverändert. Ja, dann gucken wir nochmal auf den jetzt 19. Spieltag. Da sind noch ein paar Lücken drin. Ist aber gar kein Thema. Die werden definitiv noch gefüllt. Ich nehme das auch relativ früh hier auf. Deswegen alles gar kein Thema. Ja, wenn ihr auch noch hier auftauchen möchtet, dann schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung. Da sind alle Links zu allen Tippspielen, die ihr jetzt hier gesehen habt. Und ihr könnt euch schon mal vorab anmelden für die Europameisterschaft 2024. Link ebenfalls in der Videobeschreibung. Anmeldung ist kostenlos. Hashtag keine Werbung. Ihr könnt auch die Kicktipp-App benutzen. Die ist ein großartiger Helfer in der Not. Und ja, dann wünsche ich euch ein wundervolles Fußballwochenende. Wir hören uns am nächsten Spieltag wieder. Bis dahin und ciao.